herzlich willkommen zum nächsten projekt und zwar steht jetzt das originale drackensang an nachdem wir das prequel jetzt abgeschlossen haben inklusive dlc und hier habe ich dann die version von der software pyramide ja ist dann jetzt nicht ganz so glorreich und ja wir haben ein klassisches gruppenbasiertes rollenspiel mit taktischem kampfsystem grafisch eindrucksvolle umsetzung aventuriens und eine epische story von original ist da war das schwarze auge autoren verfasst sehr schön dann gucken wir noch einmal kurz rein und da haben wir dann einfach nur ein bisschen werbung für rakensang am fluss der zeit und hier dann die dvd zum installieren und das war's auch schon dann wünsche ich euch viel spaß mit dem projekt und in einer halben stunde geht es dann wie gewohnt los